oder schönen morgen leute heute wird es wild wir haben jetzt mehr mit 4 30 bisschen später 4 35 glaube ich ja ihr seht es ist stocke finster hier auf kreta wir nehmen um 5 uhr 10 einen bus und fahren drei stunden richtung westen um dann in die samaria schlucht zu kommen und da werden wir 18 kilometer durch wandern dann nehmen wir euch gleich mit aber das wird wild entschuldigung ist es matthias rein entschuldigung also ich bin ich bin erschüttert dass ich das lied nicht erkannt habe und auch nicht matthias rein oder wolfgang peter aus anderen halten konnte also bis sofort also bis sofort heißt bis irgendwann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung. BR 2018 Das ist in der Regel der Part, den wir jetzt laufen. Hier ist immer der Fluss daneben, ganz unten im Tal. Aber wenn man mal hoch guckt, holy shit. Das kommt, glaube ich, niemals so rüber im Video. Es ist crazy hoch. Nach sieben Kilometer Wanderung sind wir angekommen im stillgelegten, verlassenen Dorf Samaria. Deswegen heißt die Schlucht so. Jetzt müssen wir noch elf Kilometer in die Richtung. Uiuiui. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018